Ein Mann hat mehrere Monate einfach kein Glück bei den Damen und beschließt daher, in ein Bordell zu gehen. Er fragt nach einem Mädchen, aber die Dame des Hauses antwortet, Es tut mir leid, aber alle unsere Mädchen sind besetzt. Der Mann ist enttäuscht und dann sagt die Dame des Hauses, Aber wenn sie möchten, können sie für 50 Euro eine Ziege haben. Irritiert entscheidet sich der Mann, einen Blick auf das Tier zu werfen. Also geht er zu dem Raum am Ende des Flurs und tatsächlich wartet dort eine Ziege auf ihn. Er geht näher heran, die Ziege ist gewaschen und riecht wirklich gut und hat ein weiches und pelziges Fell. Er denkt sich, naja, warum nicht, ich werde es versuchen. Als er jedoch gerade anfangen will, tritt die Ziege ihm mit voller Wucht in die Kronjuwelen und er kann eine Weile lang nicht atmen, geschweige denn aufstehen. Schließlich, nachdem die größten Schmerzen ausgestanden sind, steht er behutsam auf und geht weg. Er zahlt der Dame 80 Euro und sagt, Bitte erzählen Sie das niemandem. Nach etwa einem Monat der Erholung entscheidet er sich, wieder dorthin zu gehen, um zu sehen, ob ein Mädchen verfügbar wäre. Aber wieder sagt die Dame des Hauses, Es tut mir wirklich außerordentlich leid, aber alle unsere Mädchen sind heute beschäftigt. Die Dame des Hauses fährt fort, Aber ich habe ein besonderes Angebot. Der Mann unterbricht sie und sagt, Auf keinen Fall, ich gehe nicht in die Nähe dieser Ziege. Die Dame des Hauses sagt, Oh nein, wir haben diese Ziege nicht mehr, aber wir haben einen freien Platz in unserem Spannerkino. Er akzeptiert es und geht in den Raum. Er setzt sich auf seinen Platz und sieht die schönste Frau aller Zeiten vor sich. Er wendet sich an seinen Nachbarn und sagt, Mann, kannst du es glauben, wie schön sie ist? Das wird die beste Show überhaupt. Der andere Mann dreht sich zu ihm um und sagt, Ja, sie ist wunderschön, aber ich bezweifle, dass diese Show so großartig wird, wie die vor einem Monat, als eine Ziege diesen einen Kerl voll in seine Kronjuwelen getreten hat. ARD Text im Auftrag von Funk Vielen Dank.